guten morgen wir sind weitergezogen ja wir sind vom titisee zum bodensee wir waren ja in camping bankenhof südspitze vom titisee genau und sind jetzt in aber sehr schön haben uns einen super schönen stellplatz in mersburg beziehungsweise städten das ist oberhalb von mersburg alte brennerei ja klar verlinke ich wieder ein sehr schöner platz weiß ich nicht viele 10 29 20 30 40 plätze kostet 12 euro ohne strom strom kostet extra den muss man dann in so einem automaten gemünzt genau fair und entsorgung ist vorhanden sehr großzügig entsorgung umsonst wasser kostet 10 cent 10 liter so hier ist die entsorgung bodeneinlass alles da kommt der müll hin wc oder ja chemietoilette alles da man kommt von hier aus sehr sehr gut mit dem bus nach mersburg rein da fährt direkt oben an der hauptstraße die 700 die 700 genau wird immer 20 nach einmal in der stunde runter nach mersburg direkt zur kirche also die anbindung hier ist super ja ja bis zum bus bis zur haltestelle zwei drei minuten zu fuß einmal quer durch ja wir sind ja jetzt schon zwei tage hier genau den ersten tag waren wir in mersburg unten sind wir runter gefahren sehr schön sehr schön städtchen ja unbedingt machen die die burg ist schön die strand als strom die promenade ja das total schön das ganze städtchen ist ja so verwunschen mittelalter also burg schloss alles so auf kleinem raum aber schön so ne so genau das ist ja so Wir haben in der Burg einen selbstständigen Rundgang durch über 30 eingerichtete Räume. Das sind alte Möbel, Waffen und Rüstungen zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind wir dann, man kann hier oben an der Bushaltestelle direkt am Bus, die 700 Ein Ticket lösen mit Fähre nach Konstanz rein bis zum Bahnhof Konstanz, dann ist man direkt an der Altstadt Kostet pro Person 11,20 Euro hin und zurück. Hat super funktioniert. Man setzt sich hier oben im Bus und kommt in Konstanz raus. Du brauchst sich um nichts kümmern. Man bleibt direkt im Bus sitzen. Der fährt da mit direkt auf die Fähre. Du kannst auf der Fähre dann aussteigen, ein bisschen Bodensee gucken und so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Setz dich wieder rein und dann fährst du bis Konstanz Bahnhof. Das Ganze dauert eine halbe Stunde? Drei Viertel Stunde ungefähr. Drei Viertel Stunde war ich ungefähr unterwegs. So, aber schön mit Fähre und so. Also richtig schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, man ist direkt an der Altstadt. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. But I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for, vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Cause I haven't got a clue. Was it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been saving you? I've been asking every question. So, I can't wait. I just had a clue. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020